Hey und Willkommen zurück zu Q-Boy! So, ähm, die Frameprobleme konnte ich lögen. Keine Ahnung, woran es lag, ich habe Q-Boy einfach neu gestartet. So, die Kamera aus irgendeiner Berglandschaft, in der es übelst zart abging. Da lang war es. Da. Na, gerade ist es. Okay, ich merke, ich kriege die nicht platt. Und Game Over. So, ein bisschen rechts halten, dann müsste das gehen. Ah ja, okay. Ja, warum kacken jetzt die Frameprobleme? Gute, da. Wut. Wutbet, du wut. Ihm, du wut, da. Wut. Jetzt muss ich mal mein Leben auftanken Leben, 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 Leben Leben, 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 Leben Leben, 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 Leben Leben, Leben, Leben So, Leben, voll Und ab in die nächste Runde gegen die so okay in der richtung sind die irgendwo also alle noch mehr das war ja voll eine richtige recht jb also So, sozusagen sammeln wir mal die Beute ein. So ein Arschloch, der übel ist mein Leben gefilft. Zurück ins Bett. Da unten sind auch ganz viel viele. Lassen wir die Lundnitzen? Ja, am besten. Ich rotte ihre ganze Spezies aus. Ah, scheiße. Und hier hatten wir's drauf. Und hier haben 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 wir's drauf. Hm. So, nochmal das Leben. Und hier haben wir's drauf. Und hier haben wir's drauf. Gut. So. Ne? Jetzt. So. Und hier haben wir's drauf. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da hinten sind noch welche. Hmm. Oh man, level up. So. Nice man. So. 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 Mal gucken, wie viel das bringt. So. 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 Zeit einfach zu leise bin. Ja, Cube World. Da brauche ich noch ein bisschen, um da richtig reinzukommen. Tschüssi! Hey, das war's mit dieser Folge Cube World Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Dörbchen nach oben. Und wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann gebt mir ein Dörbchen nach unten. Ich stehe doch mehr auf die Dörbchen nach oben. Und ich finde auch, dass das Video einen Daumen nach oben verdient hat. Und wenn ihr noch weitere solche Videos sehen wollt, dann geht auf meinen Kanal. Unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr zum Beispiel direkt oben ein Video von mir sehen wollt, wie zum Beispiel das Minecraft Ubuntu Tutorial, könnt ihr das jetzt so oben links sehen. Und wenn ihr aber nicht auf solche Tutorials steht, könnt ihr oben rechts jetzt auf mein Minecraft Let's Quest gehen. Das ist ein neuartiges Format, was ich sehr interessant finde. Unten wiederum finden sie die Pfeile für die vorhergehende Folge und die nächste Folge, sobald sie natürlich herauskommt. Tschüss, bis zunächst mal, also morgen. Und dann